Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hallo Schwein, wie alt bist du? Ganz alt. Woher kommst du? Von zu Hause. Was machst du gerne? Quatsch. Warum bist du hier heute? Ich will ein Star werden und komme jetzt öfter in die Erwachsenenbildung. Super, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Schwein.